Hehehe Hehehe Hey, jetzt kommt wieder da. Komm! Komm, Digger. Komm, Digger. Kuckuck. Kuckuck. Schweine. Oh, ja. Komm. Ich bin verrückt heute. Ah! Du willst auch mitspielen? Das ist gut, nur willst du auch mitspielen. Kann man ja stundenlang zugucken, ne? Ja. Wie kommt denn da? Emil. Hallo, Emil. Na? Wir gucken auch mal hier. Ach, jetzt ist es zu spät. Hat er eben die Schnute da auf der Kante liegen? Ja. Das ist furchtbar, ne? Wenn ich nicht aufpasse... Ist das auch ein Teich? Nee, aber wenn in irgendwelchen Kalistern oder so irgendwas drinstehen hast. Oder in irgendwelchen alten Schalen. Ja. 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 Ja.